JA! Herzlich Willkommen zum SoFloschi und dem vierzehnten Spieltag gegen... Schalke 04! Heute war der vierzehnder Spieltag guter… Das kann mich jetzt auch ehren, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Das ist man kann doch bestimmt hier. Teammanagement-Statistik. Ja, so sieht momentan die Tabelle aus. Bayern München ist auf Platz 1, danach der RFC Schalke 04, danach Borussia Dortmund, danach Werder Bremen. Platz 5 ist der Hamburger SV und Platz 6 Bayer Leverkusen. So, das wollte ich aber jetzt nicht, Liga-Tabelle. Achso, das hat mir ja gerade. Ne, warte mal. Das ist die Liga-Tabelle, aber die hat mir doch gerade eben schon. Naja, egal. Wir wollen das Spiel starten. Oh, wir spielen heim bei uns im Stadion. JVV mit Zelda. Geht da noch jemanden? Nö. Oh, Jones hat eine rote Karte bei denen. Und das regnet schon wieder. Regen, 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 Regen. Ja, wir haben einen Stoß. Wir spielen hier gegen den Zweitplatzierten. Also, gegen Bayern hatten wir ja schon gute Probleme gehabt. Oh, da stand keiner von meinen Leuten. Ich muss gewinnen oder unentschieden? Nein, gewinnen wäre mir lieber. Dann habe ich die Formation wieder... Super Jack Hummels Kringer Kötze Barrios Kringer Kringer Weidenfeller gut gehalten Kringer Wild Kringer Pisslissie Komplik Kringer Kringer Der Cover! Marios! Schmelzer! Subotic! Klingel! Schmelzer! Schmelzer! Oh, die wollen unbedingt ein Tor haben. Der wäre eigentlich im Aus gewesen. Aber egal, Klingel. Rüber nach Barrios. Barrios läuft. Barrios hat freie Bahn. Schießt. Und das 1 zu 0 von F. Klingel in der 30. Minute. Was für ein Tor. Er ist gehalten und dann rein damit. Ihr seht es hier nochmal. Bam! Ab! Und er schießt nochmal drauf. Keine Chance. Für den Schalker Torwart. Abseits. Abseits. Ja, sag ich doch. Schmelzer! Der Kal Haf Іkneck. Kabir. KiKAwa! Kabir! 買V find freie Laufbahn! Aaaaaaah! Schade! Hm, schade, da wurde ich getunnelt. Die wollen um jeden Preis zum Tor haben jetzt. Aber das darf nicht passieren. Subotic, Kekawa. Diese Halbzeit ist vorbei. Und Borussia Dortmund führt 1 zu 0 gegen FC Schalke 04. Hier nochmal das Tor. Bäm. Ne, doch nicht. Das war doch nicht das Tor. Klack und rein damit. Zweite Halbzeit beginnt. Und ich werde einmal auswechseln. Weil ja einige doch ganz schön laufen durften. Leitner kommt rein, Kekawa kommt raus. Subotic kommt auch raus. Ne, nicht Subotic. Pizzeck oder wie er heißt. Philippe Santana kommt rein dafür. Und dann wechseln wir noch Lewandowski. Oder? Ne, warte mal. Er kommt rein. Perisik gegen Großkreuz oder Götze. Ne, Großkreuz. Dann wechseln wir natürlich einmal schnell. Und Anstoß. Oh, oh. Ich bin ja gleich ein bisschen aggressiver hier. Götze. Götze. Götze hat freie Laufbahn. Marios. Oh, wurde abgeblockt. Leitner geht dazwischen. Leitner. Marios. Oh, gefoult. Chiri hat nichts gesehen. Geht weiter. Oh. Schönes Ding. Schmelzer. Schmelzer. Nein. Oh, schönes Ding Hummels. Schön dazwischengegangen. Wende. Philippe Santana. Ach. Entweder es bleibt beim 1-0 oder da schießt noch irgendwer ein Tor. Aber wir hoffen natürlich nicht, dass es Schalke 0-4 ist. Oh, Mann. Wie spiele ich denn? Wie spiele ich denn? Nein! 65. Minute. Tor von Jurado. Oder Jurado. Jurado. Das heißt, wir müssen jetzt mal ein Tor machen. Wir müssen aufholen. Wenn wir gewinnen wollen. Ich glaube sogar, wenn wir jetzt gewinnen, sind wir ja auf Platz 2. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Was mache ich denn da, Mensch? Spielen, los! Götze! Ich schalte nur viel Wechsel raus. Bänder! Götze! Perisek! Und, oh! Daneben geschossen! Leitner! Einwurf für Borussia Dortmund. Scheibe und Befehle wechseln wieder aus. Mensch, wo kass ich denn immer hin hier, du? Das gibt es nicht. Schönes Ding! Der spielt auch noch weit nach vorne. Oh, komm! Was war denn jetzt los? Neunzeste Minute. Leitner! Boah, die wird's gefoult! Und es steht eins zu eins. Oh, 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 oh! Hätten uns gerne ein Tor mehr gewünscht. Jo, es hat noch jemand gespielt und zwar 1. FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach 3 zu 2 gewonnen. So. Wollen wir mal die Tabelle angucken. Und da sieht's immer noch verfolgt aus. Bayern 1. Schalke 2. Borussia Dortmund 3. Werder Bremen 4. Hamburger SV 5. Und Wolfsburg 6. So. Dann war's das von dem Spieltag und tschüss!